Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review und Analyse von One Piece Kapitel 1060, Raffys Traum. Das klingt nicht nur nach einem fantastischen Titel, es war auch ein fantastisches Kapitel mit so viel Hype, wie wir lange schon nicht hatten. Und das soll schon etwas heißen, denn wir hatten in letzter Zeit nur solche Mega-Kapitel. Aber reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern fangen direkt an mit einem Color-Spread. Die Cover-Story pausiert in dieser Woche. Es geht erstmal nicht weiter mit der Gama-Doppel-6. Dafür bekommen wir einen Color-Spread, der eine Anspielung auf einen Color-Spread aus Band 8 von One Piece sein sollte. Nur jetzt mit allen Strohhut-Mitgliedern, inklusive natürlich Jinbei. Und mehr können wir eigentlich gar nicht dazu sagen, außer dass es natürlich wieder richtig cool aussieht. Hat mir besonders gut gefallen, aber man kann da nicht so viel herauslesen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man da ein Foreshadowing oder irgendeinen Hinweis finden kann. Im Hintergrund steht noch, be happy, also sei glücklich an der Wand. Aber das war es am Ende auch schon. Deswegen springen wir doch direkt mal hinein in das Kapitel. Und wir sind zurück bei der Strohhut-Bande. Und Raffy, der ist ein bisschen außer sich. Denn hier bekommen wir tatsächlich mal eine Reaktion auf eine Nachricht, die in der Zeitung steht. Und zwar hat er jetzt davon gehört, dass Sabo König Cobra von Alabaster umgebracht haben soll. Und Raffy ist natürlich dagegen. Er sagt, nein, mein Sabo, mein Sabo würde das niemals tun. Es macht absolut gar keinen Sinn. Da muss irgendetwas vertuscht worden sein. Es war definitiv nicht Sabo. Und die anderen Strohhüte, ja, die stimmen ihm so ein bisschen dazu. Auch Nico Robin, die ja einige Zeit zusammen mit Sabo verbracht hat bei der Revolutionsarmee. Sie sagt halt hier nochmal und klärt das auch nochmal auf. Die Könige, das sind ja gar nicht die Gegner der Revolutionsarmee, sondern natürlich die Weltaristokraten. Also die Himmelstrachenmenschen gegen die kämpft ja im Grunde die Revolutionsarmee. Deswegen macht das ja auch gar keinen Sinn, König Cobra von Alabaster zu töten. Und auch Brook merkt hier ja nochmal an, ja, auch, dass die Revolutionsarmee gegen Alabaster sein sollte, kann er sich nicht vorstellen. Denn er hat noch niemals davon gehört, dass das Volk unter der Königsherrschaft in Alabaster leidet. Ist auch nicht so ganz korrekt, wenn man sich so ein bisschen an die Zeit von Crocodile erinnert. Da wurde ja König Cobra schon in ein schlechtes Licht gerückt. Aber das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her. Und in den letzten zwei Jahren ist es ja in Alabaster scheinbar gut verlaufen. Und deswegen gibt es ja auch wieder keinen Grund für die Revolutionsarmee, dort zu intervenieren oder sogar König Cobra zu töten. Und ja, die zweite Nachricht ist natürlich, Vivi wird vermisst. Und sie ist höchstwahrscheinlich nicht bei Sabo, sie ist nicht bei der Revolutionsarmee. Wo ist sie denn gerade? Ist eine große Frage. Und hier sehen wir natürlich auch, dass sich Charaktere aus der Strohbande Sorgen um Vivi machen. Allen voran hier Nami und natürlich auch Sanji, weil er natürlich Vivi gemocht hat, da sie ja eine attraktive Frau ist. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Vivi war ein Mitglied der Strohhutbande. Sie zählt als ausgetretenes Mitglied der Strohhutbande. Und deswegen will Ruffy eigentlich im Grunde sofort eingreifen. Er will jetzt, dass man sofort nach Alabaster segelt, um eben dafür Ordnung zu sorgen. Und Zorro interveniert hier ein bisschen und sagt, ja was soll das denn jetzt bringen? Was sollen wir denn jetzt in Alabaster? Das macht doch absolut gar keinen Sinn. Und auf der anderen Seite ist ja Vivi nicht in Alabaster verschwunden, sondern in Mary Joa. Und Ruffy dann direkt, okay, dann segeln wir jetzt nach Mary Joa. Und wieder interviert hier natürlich Zorro und sagt, ja was sollen wir denn jetzt in Mary Joa? Das ist das Gebiet des Feindes. Willst du dich direkt mit dem Marine-Hauptquartier anlegen, wenn du jetzt nach Mary Joa segelst? Und Ruffy sagt, ja das ist mir egal, wir machen das jetzt trotzdem selber nicht so feige, Zorro. Ja, aber Zorro klärt dann hier Ruffy nochmal darüber auf, was er doch in der Vergangenheit gesagt hat, als dieselbe Thematik mit Ace war. Ace erlebt sein eigenes Abenteuer und erst, wenn quasi so ein bisschen die Kacke am Dampfen ist, dann können wir eingreifen. Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, wo diese Charaktere selbst sich aus ihrer Lage befreien können, dann können wir immer noch intervenieren. Aber aktuell macht das halt absolut keinen Sinn und ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Aussage von Zorro hier. Denn es stellt einfach nochmal klar, wo wir immer wieder Fragen gestellt haben, hey, wenn jetzt mit Charakter XY etwas passiert, dann muss doch Ruffy sofort losdüsen. Also zu dieser Insel fahren, den befreien, da hatten wir ja viele Sachen mit Impel Down, dass Ruffy direkt nach Impel Down geht, wenn Charakter XY dort eingesperrt ist. Der halt eine nette Beziehung mit Ruffy hat, also eine freundschaftliche natürlich gemeint. Aber das wird halt wahrscheinlich nicht passieren und das passt ja auch so ein bisschen zu meiner Aussage, die ich öfters mal treffe. Die Strohhutbande, die setzt im Grunde Segel in die Zukunft, also zu zukünftigen Inseln und die fährt in der Regel nicht zurück. Es sei denn, es gibt einen richtig guten Grund dafür und nach Alabaster zu segeln oder nach Mary Joa, das wäre dann halt eher so ein Rückschritt. Natürlich klingt das alles cool, auch ein Impel Down Arc 2.0 klingt natürlich cool, wenn die Strohhutbande da beteiligt wäre, aber wie realistisch ist es dann? Und wie lange soll One Piece gehen, wenn wir jetzt nochmal komplett zurückreisen? Deswegen ist ja jetzt auch die Strohhutbande erstmal auf dem Weg zu einer anderen Insel. Man kann ja auch nicht so einfach die Richtung ändern. Man braucht ja einen Eternal Port oder halt eben dorthin, wo der Logport zeigt. Ja, der wird selten thematisiert, aber er ist halt immer noch ein Thema, wenn man sich auf der Grand Line und in der neuen Welt zurechtfinden möchte. Aber was interessant bleibt, wir bleiben erstmal auf der 1000 Sunny und hier bekommen wir eine sehr interessante Information von Nico Robin. Denn die Strohhutbande bekommt jetzt hier die ganzen Informationen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Beispielsweise auch, dass sich das Shishibukai-System, die Samurai der Meere, aufgelöst hat und dass diese krassen Piraten jetzt wieder frei entfesselt sind auf der Grand Line. Und dass sich einige davon zusammengeschlossen haben zur Cross Guild und dass Buggy jetzt der Kaiser ist und Ruffy sagt, ja das muss ein großer Fehler sein. Interessanter ist aber hier, was Nico Robin nicht erwähnt, beziehungsweise sie erwähnt ist, aber Ruffy will es halt nicht hören. Es gibt in dieser Zeitung noch Informationen über weitere Charaktere, die eine Verbindung zu Ruffy haben, aber Ruffy will es halt nicht hören. Und das finde ich interessant, weil da kann man wirklich mal spekulieren, was sind das für Charaktere. Sind da Informationen über Gekomoria beispielsweise oder über Sabo, über Dragon? Also da sind die Möglichkeiten ja weinah unendlich und das werde ich auch nochmal in einem Extra-Video alles aufklären, wer da gemeint sein könnte. Denn Ruffy hat ja eine Verbindung zu vielen Leuten und da können wir natürlich dann wieder spekulieren, was ist da vielleicht passiert, was wir bisher noch nicht wissen. Jedenfalls klärt Ruffy jetzt hier nochmal auf, Sabo war das definitiv nicht mit König Cobra und an dieser Stelle war ich im Manga auch überzeugt, dass Sabo es tatsächlich nicht gewesen ist. Selbst wenn er einen guten Grund dafür gehabt hätte, wenn Ruffy sagt, er war es nicht, dann war es halt einfach nicht. Okay, woher soll es Ruffy wissen, aber er kennt ja Sabo von klein auf und darauf spielt er jetzt an. Er sagt nämlich, hey Sabo, der bringt nicht einfach irgendwelche Leute um. Ja, der wurde in seiner Heimat, in seinem Zuhause wurde der unterdrückt, der konnte nicht sein, wie er will, aber er will ja die große Freiheit haben. Er wollte ja um die Welt segeln und ein Buch schreiben und Ace hatte auch so seine Träume. Und jetzt erzählt an dieser Stelle Ruffy seinen Traum, den er damals Sabo und Ace erzählt hat und wir erfahren auch noch, dass er es Shanks erzählt hat und wir persönlich erfahren gar nichts davon. Leider, leider, aber die Strohbande bekommt jetzt diesen Traum erzählt und die reagiert so ein bisschen unterschiedlich. Die einen lachen, finden es aber cool, was Ruffy versucht und einige finden es halt vollkommen utopisch, dass das gar nicht funktionieren kann. Und Ruffy sagt dann halt, doch, das kann funktionieren und ich habe einen Versuch dafür, aber vorher muss ich erst einmal der Piratenkönig werden. Und an der Stelle können wir uns zumindest sicher sein, dass es nicht die letzten Worte an Kaido waren, dass er will, dass seine Freunde immer genug zu essen haben. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Traum von Ruffy, aber es ist nicht sein großer Traum und sein großer Traum ist es halt nicht auch Piratenkönig zu werden. Das ist nur der Weg dorthin. Und wir wissen ja, dass es der gleiche Traum ist, den auch Goldie Roger hatte und es muss etwas sein, wofür du Piratenkönig sein musst. Das erwähnt hier auch Frankie nochmal. Ohne diesen Rang geht es scheinbar nicht und das schränkt das Ganze natürlich ein, macht das aber auch weiterhin mysteriös, weil ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Und nur ein Titel reicht ja nicht dafür und die Strohbande weiß natürlich nicht, was One Piece ist. Also kann One Piece auch nicht der Weg sein, den man dann braucht, um eben diesen Traum zu erfüllen. Ich denke halt einfach, du brauchst viele Leute hinter dir, um das zu schaffen. Vielleicht ist hier auch gemeint, die Red Line zu zerstören. Das wäre jetzt so mein erster Einfall, weil das klingt halt erstmal wirklich utopisch und dass man dann ein mehr schafft, das One Piece. Wir kennen alle, die Red Line Zerstörungstheorie ist eine sehr gute Theorie. Nicht unbedingt eine, die ich gut finde, aber sie ist halt an und für sich eine gute Theorie. Ich mag sie persönlich nur einfach nicht so wirklich, weil ich finde, die Red Line macht One Piece auch zu ein bisschen was Besonderes von der ganzen Geografie gesehen. Aber wenn sie zerstört wird und das ist Raffys großer Traum, bin ich da natürlich auch dafür, auch wenn es mir persönlich nicht gefällt. So viel zumindest zu dem Thema. Ja und dann wechseln wir mal diese ganze Szenerie. Dann geht es nämlich erstmal kurz ins Marine Hauptquartier, aber leider nicht zu Akainu. Da geht es nämlich jetzt wieder darum, das Gespräch abzufangen zwischen Sabo und Dragon im Kamebaka Königinreich. Und sie wollen ja herausfinden, wo Sabo ist, denn Sabo ist jetzt der Flammenkaiser und vor dem haben sie alle so ein bisschen Angst. Und Sabo klärt uns jetzt erstmal hier auf, dass er jetzt wirklich Cobra nicht umgebracht hat. Damit haben wir quasi die Bestätigung und hier stellt sich natürlich wieder die Frage, war es dann doch die Weltregierung und warum haben sie ihn umgebracht? Und wie haben sie es getan und wie haben sie es Sabo in die Schuhe geschoben? Und war das diese Information, die Big News Morgens in der Zeitung anders darstellen sollte? Alle anderen sind natürlich davon überzeugt, ja war uns klar Sabo, du warst es natürlich nicht. Und währenddessen versucht natürlich die Marine weiterhin den Ort herauszufinden, wo Sabo sich versteckt. Denn scheinbar ist dieses Gespräch zwischen Sabo und Dragon nicht kodiert. Das heißt, sie können es ganz einfach abfangen, können mithören und auch zurückverfolgen. Das ist ihr primäres Ziel herauszufinden, wo sich gerade Sabo befindet. Und das finden sie heraus. Es ist nämlich in Lulusia. Und Lulusia ist ja die Insel, die im Reverie-Arc von der Revolutionsarmee so ein bisschen befreit wurde von Pinkbeard. Ihr erinnert euch alle und da war ja auch dieses kleine Mädchen, das auch aufgetaucht ist in der Cover-Story von Ace und Dr. Blackbeard. Den haben wir jetzt allerdings hier nicht gesehen. Des Weiteren sehen wir halt hier den König von Lulusia und seine Tochter, die Prinzessin. Die wurden aber ins Gefängnis geworfen, weil dieses ganze Land rebelliert hat. Sie haben die Macht ergriffen, den König ins Gefängnis geworfen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Vampir und es gibt noch eine weitere Anspielung. Er möchte nämlich freigelassen werden, sonst lässt er alle von seinem Volk fehlen. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass das Marine-Hauptquartier auftaucht und die gesamte Sache hier für ihn regelt. Und scheinbar soll auch Sabo auf dieser Insel sein. Das glaube ich aber nicht so 100%. Aber dazu kommen wir gleich. Denn jetzt bekommt nämlich die Marine-Hauptquartier die Information, dass es in Lulusia ist. Und die reichen diese Information direkt weiter an die Gorosei. Und es sieht so aus, als hätte da nicht nur die Gorosei mitgehört, sondern eben auch Imsama. Und der wird jetzt nämlich ganz wichtig. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zur Revolutionsarmee. Denn eine wichtige Sache hat Sabo noch zu erzählen, außer dass er eben nicht König Cobra umgebracht hat. Nämlich der leere Thron. Der hat da nämlich jemanden drauf sitzen sehen. Und das ist relevant jetzt für die nächsten Ereignisse, die jetzt passieren. Und das können natürlich auch die anderen nicht so wirklich glauben. Aber sie haben auch natürlich die Information nicht komplett bekommen. Denn jetzt wird die Nachricht hier komplett unterbrochen. Aus irgendeinem Grund ist sie unterbrochen worden. Und das liegt einfach daran, dass Lulusia hier an dieser Stelle zerstört wird. Komplett zerstört. Aber nicht durch einen Buster Call. Hier müssen wir nämlich jetzt wieder zurück nach Lulusia springen. Auf einmal waren nämlich dunkle Wolken am Himmel. Und hier sagen auch die Leute, es ist fast so, als würde ein massives Objekt über unseren Köpfen schweben. Und das sehen wir auch kurz als Schatten. Das sieht aus wie so ein Dreieck. Und das ist aus gutem Grund über Lulusia. Denn jetzt bekommen wir hier eine Art Laserstrahl-Bombardement auf Lulusia. Eine riesige Explosion. Wir sehen auch kurz das Gesicht von Sabo. Aber an der Stelle möchte ich gleich mal anmerken, wir sehen Sabo nie mit anderen Leuten, die dort sind. Leider sehen wir auch das kleine Mädchen aus der Cover-Story von Ace dort. Das heißt, die könnte tatsächlich gestorben sein. Finde ich ein bisschen traurig. Oder lässt jetzt hier ganz schön viele Leute über den Jordan gehen. Aber das hat er ja in Ohara quasi auch gemacht. Da durfte ja auch keiner überleben. Und da stellt man sich jetzt natürlich die Frage, wenn die Weltregierung diese Waffe, diese Dreiecks-Laser-Bombardement-Waffe schon länger hatte, warum haben sie es damals in Ohara nicht eingesetzt? Und ich denke mal, das war auch damit gemeint, als die Gorosei im Reverie-Arc gesagt haben, was ist das nächste Licht, das ausgelöscht gehört. Weil diese Insel gibt es dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist super interessant. Denn hier haben wir nämlich die Parallele zu God Valley. Die ist ja auch auf einmal aus unerfindlichen Gründen verschwunden. Und damals war vielleicht der Grund Roxy Sebek. Und damit macht natürlich auch die Aussage von Big Mom viel mehr Sinn, dass sie Kaido damals auf God Valley das Leben gerettet hat, als sie ihm die Fisch-Fisch-Frucht-Modell-Azur-Blauer-Drache gegeben hat. Weil Kaido hatte keine Teufelsbruch zu dem Zeitpunkt. Und hätte er genug Zeit gehabt, hätte er von God Valley auch wegschwimmen können, wenn da jetzt nur die Gefahr gelaufen wäre, dass er von der Marine hätte einkassiert werden können. Und selbst das wäre ja jetzt kein Argument gewesen, dass Kaido gestorben wäre. Hätten die aber damals mitbekommen, dass dieses Laser-Bomber-de-Mod da stattgefunden hat, dann macht es halt schon Sinn, dass man schnell von dieser Insel wegkommt. Und das halt am besten, wenn man ein Drache ist. Big Mom konnte ja damals schon fliegen mit ihren Homies. Also wäre das auch für sie gar kein Problem. Und selbst wenn Roxy Sebek dort niedergeschlagen wurde und fast getötet wurde oder überlebt hätte, dieses Bombardement hätte er wahrscheinlich nicht überlebt im geschwächten Zustand. Also auch das mal hier als kleiner Info-Hinweis, wenn wir davon ausgehen, dass dasselbe angewandt wurde, wie damals in God Valley, was jetzt hier eben in Lulusia passiert ist. Doch jetzt ist natürlich die große Frage, was ist dieses Dreieck und die erste Idee, die einem natürlich in den Kopf schießt. Es könnte die antike Waffe Uranus sein. Und das würde natürlich auch Sinn machen, wenn die Weltregierung Uranus schon seit über 800 Jahren im Besitz hat und von der Macht, was von diesem Gerät ausgeht, könnte das tatsächlich hinkommen. Also es ist eine richtig gute Theorie, aber Hinweise gibt es natürlich nicht. Denn man könnte es eventuell auch logisch erklären, dass das einfach halt ein riesiges Flugapparat-Schiff, es gibt ja auch künstliche Himmelsinseln, wie beispielsweise Vatheria, wo Nami während dem Timeskip verbracht hat und dass diese Laserstrahlen einfach eine Weiterentwicklung von den Laserstrahlen sind, die Vegapunk in die Pazifista eingebaut hat. Und wenn Vegapunk quasi diese fliegende Festung, nenne ich es jetzt einfach mal, erschaffen hat für die Weltregierung, damit diese sie einsetzen können, auch das würde für mich Sinn machen, genauso wie die Behauptung, es könnte Uranus sein. Also hier haben wir halt wirklich viele Möglichkeiten, weil wir halt noch gar keinen Ansatzpunkt haben, außer, dass diese fliegende Insel scheinbar von Imsama kontrolliert wird. Also dass er die Macht darüber hat, dieses Gerät einzusetzen und dann macht es halt auch schon wieder mehr Sinn, dass es vielleicht Uranus ist. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz, deswegen spekulieren wir hier so ein bisschen ins Blaue. Denn wir sehen ja auch nochmal vorher eine Landkarte, wo wir Lulusia sehen und dann wird Lulusia mit einem X ausgeixt und es wird ja auch hier gesagt, die Insel Lulusia, die hat das nie gegeben. Die gibt es einfach nicht mehr. Da brauchen wir auch gar nicht mehr drüber reden. Da wird jetzt wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass in den Geschichtsbüchern dafür nicht mehr auftaucht. Und ja, es ist halt wirklich ein zweites God Valley. Bei O'Hara war es ja anders mit dem Buster Call. Das hat man ja auch so ein bisschen als Exempel statuiert, dass die Welt sieht, das passiert, wenn ihr an den Pornoglyphen herumspielt und darum forscht. Dann werdet ihr halt mit einem Buster Call ausgelöscht und hier wird halt eine komplette Insel ausgelöscht. Aber warum? Lag es jetzt wirklich nur, dass Sabo da war? Oder gab es mehr Gründe, Lulusia auszulöschen? Weil dieses Dreieck, das war ja überraschend schnell vor Ort, wenn sie gerade eben erst herausgefunden haben, dass Sabo dort ist. Aber es wurde auch noch gesagt, dass Lulusia Sinn macht, dass sich Sabo dort versteckt. Denn es gehört zu einem der acht Inseln, acht Königreiche, die aufbegehrt haben gegen die Weltregierung und rebelliert haben. Vielleicht will man die anderen sieben Inseln dann eben auch noch dem Erdboden gleich machen oder sie buchstäblich aus der Geschichte tilgen. Auf der anderen Seite könnte es tatsächlich sein, dass es hier speziell um Sabo geht. Und nicht nur, weil Sabo der Stabsofficier der Revolutionsarmee ist oder jetzt weltberühmt als der Flammenkaiser, sondern einfach aus dem Fakt, weil Sabo weiß, dass jemand wie Imsama existiert, dass es da doch einen geheimen König der Welt gibt und den darf es ja laut Statuten der Weltregierung gar nicht geben. Das ist ja auch das, was er unbedingt Dragon mitteilen wollte. Und an der Stelle haben wir wieder so ein paar Hinweise, nämlich diese Spekulation, weiß Dragon von Imsama? Ja scheinbar nicht. Keiner weiß von Imsama, wenn es nicht mal die Revolutionsarmee weiß. Und das sind die größten Gegner der Weltregierung. Die haben natürlich alle Informationen, die sie bekommen können, zusammengetragen. Und ja, diese Information ist jetzt oder ist vielleicht nicht jetzt zu Dragon durchgelangt und Sabo ist oder ist vielleicht nicht tot. Denn das ist jetzt hier diese Theorie. Denn Sabos Bild, ich habe es ja schon gesagt, man sieht ihn nie mit anderen Personen von Lulusia und er guckt so ganz komisch zur Seite. Natürlich panisch, aber der Blick geht eher so zur Seite und nach oben. Kann also sein, dass er entweder vielleicht auf einem Schiff in der Nähe der Insel war und das Schiff wird jetzt weggeschleudert und er überlebt knapp, weil ich ja auch schon öfters mal gesagt habe, es macht für mich keinen Sinn, Sabo erst in die Story einzuführen, nur um ihn dann wenig später wieder zu töten. Ist gleiche Geschichte wie auf Mary Joa gewesen für mich. Aber wenn er tot ist, ist es natürlich eine Ansage von Oda. Auch das schließe ich nicht hundertprozentig aus. Aber für mich sah es eher so aus, als wäre er auf der Nachbarinsel gewesen oder auf dem Schiff in der Nähe. Weil dieses große Gerät, das sieht man, wenn die Insel nicht so weit entfernt ist, mit Sicherheit auch von der Nachbarinsel. Es bleibt also spannend, was mit Sabo passiert ist und ob diese Informationen auch an Ruffy gelangen. Weil es klingt halt eher so, als wäre hier wirklich ein Licht in der Welt ausgelöscht worden. Und davon soll halt nichts an die Öffentlichkeit kommen und vor allem natürlich auch nicht an die Marine. Weil das könnte für mich hier so der Grund sein, warum man keinen Buster Call gemacht hat, damit die Marine da überhaupt erst gar keine Fragen stellt, warum man diese Insel jetzt hier einfach bombardieren soll. Hier wollte man einen kurzen Prozess machen, wie wahrscheinlich damals auf God Valley. Boah Leute, was ein Hammerkapitel, oder? Bisher, wenn wir sind noch lange nicht am Ende. Jetzt gehen wir nämlich wieder zurück zur Strohhutbande und hier bekommen wir erst einmal die Information, es handelt sich hier um einige Tage später. Und auf einmal wird es ganz schön kalt auf der 1000 Sunny. Hier wird nämlich vermutet, dass man sich im Gebiet, der Temperaturgebiet, einer starken Winterinsel befindet. Und jetzt gehen natürlich Spekulationen los, welche Insel könnte das sein? Wir sehen noch keine. Nami weist auch nochmal darauf hin, dass Land noch nicht in Sicht ist. Man ist nur in der Klimaregion dieser Insel und es ist wirklich verdammt kalt. Es sind auch Eisberge unterwegs und sie haben so ein bisschen Probleme, sich da durchzuschippen. Und Jinbei sagt auch, holt die Segel ein. Der Wind ist hier viel zu stark und sie haben ein paar Probleme dort. Ob das jetzt so Auswirkungen sind von dieser Explosion von Lulusia, ihr kennt mit Sicherheit den Butterfly-Effekt. Die Idee ist ja, wenn auf der anderen Seite der Welt der Schmetterling mit dem Flügel schlägt, dann entsteht auf unserer Seite der Welt halt ein Wirbelsturm. Und kann ja sein, dass das über Tage dann sich überbreitet hat, die Auswirkungen von Lulusia und wir jetzt an dieser Stelle sind. Vielleicht sind wir auch in der Nähe von Lulusia und das sind die Auswirkungen, Nachwirkungen von diesem Laser-Bombardement, das da ausgewirkt ist. Oder wir sind ganz woanders. Das ist auch so die Möglichkeit. So die drei Möglichkeiten, die wir aktuell haben. Und es handelt sich hier wirklich nur um die Auswirkungen der Klimazone der Winterinsel. Das ist jetzt erstmal so das Wahrscheinlichste. Die anderen zwei Optionen wollte ich euch aber natürlich trotzdem anbieten. Und auf einmal passiert etwas ganz Kurioses und das passt ja eigentlich nicht zu einer Winterinsel. Auf einmal entsteht so ein Wirbelsturm mit Wasser, so ein Wasser-Tsunami. Und das Wasser dort ist warm und das geht komischerweise nach oben, so ein bisschen Lock-Up-Stream-mäßig. Sieht aber eher aus wie ein Baum oder wie es Brook nennt, wie ein riesiger Afro. Und Sanji, der hört etwas in diesem Wirbelsturm, nämlich, hey, da ist doch eine Lady drin. Die müssen wir unbedingt retten. Ja, Sanjis übertriebene Observations-Haki-Fähigkeiten, wenn es um Ladies geht, erinnert ihr euch noch dran? Er hat ja gehört, dass sich eine Träne über die Wange einer Lady gelegt hat. Ich glaube, es war damals Tashigi und da musste er direkt hinheilen. Aber sie fragen sich jetzt erst einmal, ja, wie kommen wir jetzt in diesen Wirbelsturm hinein? Wie können wir die dort retten? Zorro hat natürlich die Idee, wir schneiden den einfach mal auf. Und hier regt sich Sanji auch wieder direkt auf. Wag es ja nicht, der auch nur ein Haar zu krümmen. Wenn du der nur ein Haar krümmst, dann frittiere ich. Also dich, also das ist super witzig hier an der Stelle. Fand ich richtig gut. Aber Zorro, ein Schwerter-Stil, den Vogeltanz, wie er es hier nennt, schneidet den auf und plötzlich passiert ein bisschen was, nämlich Chopper kommt raus. Chopper hat hier übrigens einen gewobenen Strohhut, also nicht so einen wie Ruffy, sondern einen, den Otama gemacht hat für ihn. Und er denkt, ach egal, Schnee da draußen, mir macht nichts aus. Ich habe diesen gewobenen Hut vom Dorf Amigaza. Mir kann gar nichts passieren. Doch was passiert ihm? Es wirkt halt nicht so viel und wird dann direkt vom Wind ergriffen und wird weggeweht. Ruffy versucht ihn noch zu schnappen mit seinen Gum-Gum-Kräften. Ja, ich weiß, mittlerweile sind es natürlich die Nika-Kräfte. Wird dann aber auch vom Schiff gezogen und ja, dann plumpst etwas heraus aus diesem Wirbelsturm ein kleines Kind und wir bekommen dieses Kind direkt vorgestellt. Man erkennt es auch auf den ersten Blick. Es ist Joely Bonnie als Kind-Version, die da irgendwie hineingeraten ist und auch sie hat ein höheres Kopfgeld bekommen. Sie hat jetzt ein Kopfgeld von 320 Millionen Berry. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch ein bisschen in Erscheinung getreten ist auf Mary Joa und das macht das Ganze interessant, denn sie kann jetzt natürlich die Information, was wirklich auf der Viverie passiert ist, an der Strohhutbande eben weitergeben. Und das finde ich ganz cool und ich mag diese Entwicklung gerade, weil ich bin ein großer Fan von Joely Bonnie und freue mich, dass sie jetzt bei der Strohhutbande ist und hey, ich habe jetzt schon wieder die Vibes. Neues Strohhutmitglied Joely Bonnie. Ich würde es fühlen. Aber das ist halt auch eine der Charaktere, die von den Supernova der schlimmsten Generation bisher nicht behandelt wurden und dann fehlt am Ende noch Urush, aber der kann ja im nächsten Arc auch noch eine Rolle spielen und dann haben wir diese beiden Charaktere endlich und ich bin gespannt, in welcher Nähe unserer, welche Insel wir dort haben. Ja, könnte ja trotzdem Elbaf sein. Da gab es ja auch Winter-Szenarien in Elbaf, natürlich auch Sommer-Szenarien, aber waren die Winter so stark, dass die so eine krasse Auswirkung haben? Es bleibt spannend, Leute, würde ich sagen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich freue mich darauf, das ist ein absolutes Hype-Kapitel. Gänsehaut am Körper, diese Explosion, Ruffys Traum, den wir leider nicht gesagt bekommen haben. Bisschen Enttäuschung an der Stelle, aber am Ende dann nochmal Joely Bonnie. Ich bin auf jeden Fall im Hype. Nächste Woche geht es weiter, zum Glück und ich freue mich drauf, ich will mehr von Joely Bonnie sehen und ich will mehr von diesem Charakter erfahren. Also ich freue mich da wirklich drauf und wenn es euch ganz genauso geht, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Reviews und natürlich viel mehr One-Piece-Content. Schreibt mir eure Meinung zum Kapitel unten in die Kommentare und natürlich eure Fragen für die Nachbesprechung morgen um 17 Uhr hier auf YouTube. Da versuche ich die dann wieder live für euch zu beantworten und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One-Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade. .